Bedingte Formatierungen können sich auch massiv auf die Excel-Performance auswirken. Hallo und willkommen zu diesem dritten Excel-Performance-Video. Hier habe ich knapp 10 Millionen, 10,5 Millionen Zellen und die werde ich bedingt formatieren. Erst eine ganz einfache Geschichte. Ich markiere die Daten mal, drücke mal STRG Großschreibtaste, Raute, damit ich wieder oben stehe. Und ja, klicke bei der bedingten Formatierung, Moment, nochmal Raute, Raute, Raute. So, dass ich oben links stehe, klicke hier bei bedingter Formatierung mal auf eine ganz einfache Regel, dass ich nämlich jede Zahl frage, bist du größer als dieser eine Referenzwert hier? Und die wenigsten Zahlen sind gerade so groß, gebe ich aber hier zum Beispiel die 900 ein, sehe ich, da sind schon einige. Das heißt, es müssen ja bei einer Änderung 10,5 Millionen Zellen jetzt reagieren und schauen, ja, welche Auswirkungen das hat. Von daher, natürlich, man hat eine Verzögerung, aber die ist noch nicht so dramatisch gewesen, weil die alle jeweils mit einer Zelle hier zu tun gehabt haben. Was passiert denn, wenn ich hier die automatische Berechnung ausschalte? Ich bin gerade bei automatisch, klicke auf manuell und ändere jetzt den Datenwert auf 800, mein Referenzwert. Ich sehe, es wird nicht aktualisiert. Ich aktualisiere mal auf 700 den Wert. Es passiert hier gar nichts. Erst mit der Berechnung wieder wird wieder geprüft. Also man kann die bedingte Formatierung auch anhalten, wenn man merkt, die Performance leidet darunter. So, ich nehme die bedingte Formatierung nochmal weg und stelle stattdessen eine andere ein, die ein bisschen, ja, rechenintensiver ist. Regeln verwalten. Na, man muss es auch markieren. Ich sage immer erst markieren, dann agieren, aber muss ich auch selber machen. So, die Regel entferne ich. Und stattdessen markiere ich, na, weg damit. Man muss auch richtig markieren. So, alle Daten. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Ja, Regeln löschen. So, ja, jetzt habe ich hier die Daten markiert und klicke auf bedingte Formatierung. Zum Beispiel die obersten, sagen wir mal, 5% der Zahlenwerte möchte ich. Oder 10% der Zahlenwerte habe ich jetzt zur Wahl. Nehmen wir mal 5%. Die obersten 5% sollen mir eingefärbt werden. Das heißt, er rechnet und rechnet. Und wenn ich jetzt Zahlen verändere, ich trage hier mal die Zahl 4, ja, 3000 ein, 3000, drücke Enter. Jetzt, 1, 2, 3, ja, dauert ein paar Sekündchen, bis hier eine Änderung erfolgt. Passiert das auch, wenn ich hier arbeite? Ich tippe eine 1000, drücke Enter, ja, ist okay. Ja, ist okay. Wenn ich das jetzt aber mit meiner anderen Regel kombiniere, Moment, erst mal geguckt, was passiert, wenn ich bei Formeln die Berechnungsoption auf manuell schalte und jetzt hier einen Wert ändere. Der rechnet und rechnet und formatiert sofort. Also, das heißt, trotz manuell, diese Regel wird jetzt ausgeführt, die andere gerade nicht. So, jetzt kombiniere ich die beiden Regeln. Das heißt, es gibt zwei Regeln. Die eine Regel soll auf meine Zahl, Referenzzahl 700 schauen. Die andere soll intern abgleichen. Und, ja, da nehme ich jetzt wieder die Regel, startbedingte Formatierung, vergleiche mit einem, größer als einem Referenzwert hier. Oh, das dauert jetzt alles ordentlich. Vergleiche mit diesem Wert und färbe das entsprechend gelb, damit ich ein bisschen Unterscheidung habe. So, ach, jetzt sehe ich kein Rot mehr, oder? Ja, weil das, die Reihenfolge, das Gelbe überdeckt jetzt das Rote. Also, jetzt meine Referenz zu ändern, heißt ja, dass alles neu durchgerechnet werden muss. Moment, steht gerade auf, auf manuell. So, wenn ich jetzt die Zahl ändere, Enter, Enter, ich habe Enter gedrückt, ja, es passiert nichts. So, dann rechnet der die Zahlen auch durch. Also, von daher, die Kombination macht, also, welche bedingte Formatierung, zu viele bedingte Formatierung. Den einen Teil wird er mir rechnen, den anderen gerade nicht an bedingte, habe ich die Berechnungsoptionen ausgeschaltet. Und wenn ich hier irgendwo im Blatt was eingebe, hier, ja, hat das keine Auswirkung momentan auf den Datenbereich. Ändere ich aber hier eine Zahl, natürlich, weil die Daten untereinander prüfen, ja, habe ich entsprechend die langen Wartezeiten. Also, es hängt ein bisschen davon ab, wo man seine Daten eingibt und verändert, welche bedingten Formatierung man nimmt und ob man für den Fall, dass die Operationen ein bisschen länger dauern, ja, und man möchte da einfach erstmal arbeiten, für den Fall, dass man da manuell einschaltet, kann man da natürlich ein bisschen Zeit sparen. Aber, es gilt, bedingte Formatieren bremsen das System aus. Also, wenn man darauf verzichten kann, ich mag die super gut leiden, aber wenn die Performance darunter leidet, dann verzichte ich entsprechend drauf.